Carlos Bianchi ist ein aktueller argentinischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Fußballspieler, als Sohn einer Kioskbesitzerfamilie im Stadtteil Villarreal aufgewachsen, debütierte er 1967 in der ersten Mannschaft von Vélez Sarsfield bei einem Spiel gegen die Boca Juniors. Sein erstes Tor für den Verein aus dem Stadtteil Lignes erzielte er am 7. Juli 1968 anlässlich eines Ligaspiels bei den Argentinos Juniors. Im gleichen Jahr gewann er mit Vélez auch die nationale Meisterschaft. Insgesamt erzielte er dort in 165 Partien 121 Tore. Noch effizienter war er in Frankreichs höchster Spielklasse mit 179 Toren in 220 Begegnungen. 1973 lotste ihn Henry Gemmer, der Präsident von Stade Reims, nach Frankreich, wo er seinen Landsmann de Leonis ablöste und auf Anhieb zu ersetzen vermochte. Für die Elf aus der Champagne gelangen Bianchi in 124 Ligaspielen 107 Tore, zudem wurde er 1974, 1976 und 1977 Torschützenkönig der französischen Liga. Dabei hatte er aufgrund eines doppelten Beinbruchs, den er bei einem Zusammenprall mit Gallego während eines Freundschaftsspiels von Reims gegen den FC Barcelona im Oktober 1974 erlitten hatte. Fünf Monate pausieren müssen, es folgten Stationen bei Paris Saint-Germain und Racing Straßburg. Anschließend kehrte er nach Argentinien zu seinem Heimatverein Vélez Saas viel zurück. Ehe er während der Saison 1984-85 seine Karriere bei Stade de Reims inzwischen nur noch in der Division 2 vertreten, aufgrund einer hartnäckigen Schamweinentzündung beenden musste. Trotz großer Erfolge auf Vereinsebene durfte sich Carlos Bianchi nur in 14 Spielen das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft überstreifen. Die Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft blieb ihm ebenfalls verwehrt. In Frankreichs höchster Spielklasse gelangen ihm nicht nur 30 doppelte und 7 dreifache Torerfolge in jeweils einem Spiel, sondern sogar 2-4 und je ein 5-Bis-Set-W-Punkt, sechsfacher. Laut offiziellen Angaben rangiert Bianchi in der Liste der besten Klub-Torjäger aller Zeiten mit 385 Treffern an 8. Stelle. Titel als Spieler 1968 Gewinn der argentinischen Metropolitano-Meisterschaft mit Vélez Saas vielt. Persönliche Erfolge als Spieler französischer Torschützenkönig 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 Insgesamt neun beste Torschütze aller Zeiten in der höchsten französischen Liga. Trainer Unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn, verdingte er sich als Trainer. Von 1984 bis 1988 arbeitete er bei Stade de Reims, ehe er je eine Spielzeit bei OG Zenica und Paris Saint-Germain zubrachte. 1993 übernahm er seinen Heimatverein Vélez Saas vielt, den er 1993 prompt zur Klausurermeisterschaft führte. Ein Jahr später gewann er nach Endspielsieg über den Sao Paulo FC auch die Kupa Libertadores. Bevor im gleichen Jahr mit dem Weltpokalsieg über den AC Mailand der bis dato größte Triumph folgte. Mit Vélez gewann er zudem 1995 die Eppetschere-Meisterschaft und 1996 die Kupa Interamericana. Anschließend wechselte er nach Italien zum Assrum, der ihn jedoch schon zehn Monate später wegen einer sportlichen Talfahrt feuerte. Nach kurzer Pause, in der er als Sportdirektor bei Paris FC arbeitete, setzte er seine Trainerlaufbahn 1998 bei den in Schlingern geratenen Boca Juniors fort. Den beliebtesten Verein des Landes führte er binnen kürzester Zeit zu neuem Glanz. Nach zwei Halbjahresmeisterschaften folgte im Jahre 2000 der Gewinn der Kupa Libertadores durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den brasilianischen Vereins-Epalme-Iras. Im selben Jahr wurde Real Madrid im Finale des Weltpokals besiegt. Mit Spielern wie Martin Palermo, Oscar Cordova und Juan Roman Ricam holte er 2001 erneut die Kupa Libertadores. Scheiterte im Weltpokalfinale aber knapp an Bayern München. Nur ein Jahr nach seinem Rücktritt wurde er von den abermals Schiffbruch erleidenden Boca Juniors zurückgeholt. Erneut holte er auf Anhieb die argentinische Halbjahresmeisterschaft sowie die Kupa Libertadores. Aufgrund eines Erfolgs über den AC Mailand wanderte auch der Weltpokal zurück in die Vitrinen der Boca Juniors. Zwölf Monate später scheiterte er in einem weiteren Finalspiel der Kupa Libertadores nur um Haaresbreite am kolumbianischen Verein Juan Scaldas. Bianchi trat wegen nicht ausreichender sportlicher Perspektive zurück und legte eine einjährige Pause ein. Ehe er zur Saison 2005-06 einen Zweijahresvertrag bei Atletico Madrid unterschrieb. Doch auch der zweite Versuch im europäischen Fußball Fuß zu fassen scheiterte vorzeitig. Da Bianchi nach nur sechs Monaten Mangels Erfolg entlassen wurde, zum Jahreswechsel 2012-2013 kehrte Carlos Bianchi zu den Boca Juniors zurück. Erfolge als Trainer 1993 Argentinische Klausurermeisterschaft mit Veles Saasfield, 1994 Copa Libertadores mit Veles Saasfield, 1994 Weltpokal mit Veles Saasfield, 1995 Argentinische Klausurermeisterschaft mit Veles Saasfield, 196 Argentinische Klausurermeisterschaft mit Veles Saasfield, 1996 Copa Interamericana mit WLS Saasfield 1998 Argentinische Eppetschlare Meisterschaft mit Bucca Juniors 1999 Argentinische Klausura Meisterschaft mit Bucca Juniors 2000 Copa Libertadores mit Bucca Juniors 2000 Weltpokal mit Bucca Juniors 2000 Argentinische Eppetschlare Meisterschaft mit Bucca Juniors 2001 Copa Libertadores mit Bucca Juniors 2003 Argentinische Eppetschlare Meisterschaft mit Bucca Juniors 2003 Copa Libertadores mit Bucca Juniors 2003 Weltpokal mit Bucca Juniors Persönliche Erfolge als Trainer 1998 Südamerikanischer Trainer des Jahres 2000 Südamerikanischer Trainer des Jahres 2001 Südamerikanischer Trainer des Jahres 2001 Weltklapp Trainer des Jahres 2003 Südamerikanischer Trainer des Jahres 2003 Weltklapp Trainer des Jahres 2016 Weltklapp Trainer des Jahres